ARD Text im Auftrag von Funk Ey, ich könnte ausrasten, weil ich wieder wie ein Vollidiot vorher gestorben bin, ey Ah, Mann Ey, das zweite Mal in meinem Leben Raps, weißt Ach, fickt euch Oh, Mann, was läuft da mir vor die Flinte, ey? Ich treffe nichts, Olli, wie schaut's bei dir aus? Ich treff die Leute nicht mit dieser dreckigen Kuder, aber ich hab nichts anderes Alter Ja, leckt mich alle am Arsch Ja, guck dir das doch an wie die Kelpen, diese Hunde Die gehören alle vergewaltigt und in den Knast gespielt Meine Fresse Ach, komm schon Das kann doch nicht sein Was messert der mich jetzt? Jakob Renner liegt in mich rein, Mensch Und immer spart man hier hinten am Arsch der Welt Hey, jetzt schießt der mich ab, glaubt meine Kiste, dieser Piss dich, Mann Ey, ich mach, ich kill den jetzt so oft, bis ich rausfliege Mich interessieren jetzt die Punkte nicht mehr Ein kleiner, blöder Wichser Ich weiß nicht mehr, wie er heißt Oh Mann, jetzt läuft mir der vor die Flinte Ich könnte ausrasten, ey Scheiß die Wand an, echt Oh Mann, jetzt töte ich mich mit meiner eigenen Schwebeladung Kann das sein? Oh Mann, jetzt schießt mich schon wieder ein Teamkollege Wie kann man nur so rattig sein, ey Jetzt schießt der mich wieder ab Was hat der gegen mich, der Wichser? Ich hab doch nicht, ich hab ihn nicht mal einmal abgeschossen Ey, spinnt der jetzt? Jetzt könnte ich echt weinen, ey Ich bin jetzt so traurig Wieso ist der so zu mir? Alle, Alter, leckt's mich Aber ich find das immer so geil Letztes Mal, sag ich Hey Sandra, können wir mal Soll ich die Kiste von dem Teamkollegen klauen? Und dann alle so Ja, mach, mach Alle voll motiviert Und wenn's dann einem selber passiert Dann regt es einen so auf Ja, mach, mach, mach Vielen Dank.